Musik Der Sonntag beginnt leicht bewölkt bei Werten um 16 Grad. Der Himmel bleibt bis in die Abendstunden überwiegend bedeckt, dennoch wird eine Maximaltemperatur von 28 Grad erreicht. Auch nachts ziehen Wolkenfelder durch, die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. In den kommenden Tagen muss in der Region mit Niederschlag gerechnet werden. Zum Start in die Woche bewegt sich das Thermometer zwischen 17 und 23 Grad. Die Sonne ist kaum zu sehen und am Abend kommt es gebietsweise zu Regenschauern. Auch der Dienstag wird trüb und regnerisch bei Werten bis 20 Grad. Zur Wochenmitte erwarten uns dann Temperaturwerte zwischen 16 und 18 Grad und auch hier lohnt es sich, einen Regenschirm mitzunehmen.